Machen. Oh, wartet mal, wartet mal, ich hätte das Perfekte für euch. Da könnt ihr euch richtig austoben. Mal gucken, wer besser abschneidet. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich hab grad Gegner gefunden. Ach, Mann. Kommt mal. Kommt doch einfach her. So, das waren 6.000. Das ist langweilig. Ach. Okay, 3.000. No, ich muss schon kritten. Ah. Ohne Reaktion krieg ich nur 9.500 mit Barbara. Ach, schade. Keine 2.000. Kommt mal her. Könnt ihr euch noch mehr Kräfte messen. Er versucht, Kryo, Kryo, DPS, Chi-Chi zu machen. Das ist wild. Er spielt einen Supporter auf DPS und dann noch Chi-Chi. Ich dachte, Chi-Chi ist der meiste krasse Charakter. Oh, ich guck mal, ich muss mal drücken. Okay, jetzt kommen wir zu dir, Polaris. Feindig. Ah, du willst den Wolf machen? Dann könnt ihr euch richtig ausleben. Dann könnt ihr draufhauen, wie ihr Bock habt. Ist mir egal. Ja, das ist nur, der hat Kryo. Ich glaube, der bekommt keinen Kryo-Schaden. Das ist wahrscheinlich ein bisschen lachhaft, wenn wir mit Chi-Chi draufschlagen. Ja, 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 ihr wolltet er aushauen. Jetzt stehe ich hier beim Tor vom Wolf. Ja, ich, ich, ich möchte seinen Chi-Chi DPS doch nicht beleidigen. Ich habe es ja bei Barbara DPS am Anfang gespielt, aber, ähm... Das bringt halt nichts gegen einen Wolf, der keinen Kryo-Schaden bekommen kann. Einfach keiner, einfach keiner will auf diesen Wolf drauf häxeln. Ja, wie Bionic halt sagt, so, das geht nicht. Ja, und wem meint ihr dann? Wen soll ich euch dann liefern? Wo ihr draufhauen könnt? Also, gute Frage. Wir machen jetzt einmal. Das passt schon. Dann sucht euch irgendeinen Boss hier aus. Ist mir egal. Hauptsache, ihr könnt mal draufhauen. Ist mir egal. Könnt auch von mir raus. Darf wir ihn hauen, wenn ihr meint. Machen wir... Was gibt's Schönes? Umdrucken, Geowürfel, Pyro-Pflanze. Eigentlich können wir das nochmal gegen die Pyro-Pflanze machen. Da bin ich mit Wasser ein bisschen mehr überlegen, als er mit Eis, aber wir sollten beide Schaden machen. Äh, ist ja langweilig. Nee, ist einfach vor mir hier. Ist nicht langweilig. Wir machen das jetzt mit anderen Charakteren. Das ist für uns... Ja, okay, dann halte ich mich mal raus und mal gucken, wie hart ihr draufhaut. Ich seh ihn nur zu. Ich mach nur Zuschauer. Barbara Iggeo. Sagen ich nicht die Akku von ihm, krieg es mir das egal. Da habt ihr euren Gegner, könnt ihr schon draufhauen, wer Bock habt. Ja, ich mach auch das Schild erstmal weg, wie es sich gehört. Dann musst du aber warten, bis er da ist, als es gesund wäre. Ja, ich... Bring mir von hinten. Okay, seid ihr soweit? Auf die Plätze, fertig, drauf da. Nur einer zur Zeit, alleine, was, was, was? Ja, ihr beiden! Ja, ihr beiden sollt draufhauen! Ja, oder? Ja, du fängst an. Ja, da ruhig helfen, wenn der mag. Mal sehen. Ja, der war aufgehört. 9200. Ach, shit. Okay. Da fliegen schon ordentlich die Hits rum. Ja, 9400, no. Oh, shit, was war da los? Ja, ja, nee. Muss ich gestehen, er hat 9400 gemacht, ich war 9200. Was war denn doll los? Ich würde sagen, das hat Bio klar geworden. Ja, würde ich auch so sagen. Jetzt müssen wir gerade gucken. Mein Krios hat passt ja gut auf ihr. Würdest du das mal schlagen? Jetzt müssen wir nur gucken. Ja. Ich habe meine Barbara zur Hälfte auf dem Hals hat und zur Hälfte auf dem Hydro-Damage-Staden. Soll ich noch beitreten, was? Soll ich noch beitreten? Mates, wer ist das? Kenn ich nicht. Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Ah, du denkst, das Bio ist raus. Ah ja, Nick ist es gegangen. Ja. Ja, es ist halt schon spät. Dann muss ich auch schlafen oder so. Ja, glaube ich auch. Ich muss jetzt leider gehen, viel Spaß euch noch. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ja, wenn wir dabei sind, ist schon 22.30 Uhr, also... Shit, würde einfach auch gehen, so ein Ding. Ich meine, es bietet sich gerade nur an. Genau. Ja, komm, lass doch... Lass doch einen Boss klatschen und dann sind wir beide raus. Was passt denn gerade? Okay, dann machen wir den da hinten auch. Weißt du, wo ich bin? Wo geht denn der lang eigentlich? Müssen wir da hoch auf den Berg? Nee, wir müssen unten bleiben. Ich zeig's dir gleich. Ich will nur kurz Charaktere wechseln. Ich will meine Mona und ich will eine... Oh, Leila. Ist deine Mona nicht auch ein Pyro? Ein Heiler. Heiler. Lol. So, wir gehen hier den Weg lang. Dann stand ein paar Elektrogegner, die wir kurz besiegen können, weil ich Lust dazu habe. Ja. Alter. Ja, und dann können wir hier rechts den Weg reingehen. Und dann kommen wir da eigentlich auch an. Ich bin noch paralysiert. Okay, jetzt nicht mehr. Paralyse. Paralyse. Das war's schon wieder. So, dann... Ich schätze mal, Fische... Elektro-Baum. Ich schätze mal, dass... Ah ja, okay, wenn du schon Elektro sagst, dann wird Fische gegen die nichts helfen. Mein Gott ist vorbei. Keine Angst. Ich glaube, das ist auf dich. Ich schätze mal, wenn du schon mal bist. Man muss auch ihr... Wir müssen auch ihren Kopf wegbringen. Ja, da ist man so hoch. Das muss man nicht sehen. Jetzt schluckt sie. Und weg ist... Das war anstrengend. Hat ein bisschen gedauert. Es war blöd, dass es ein Verteidigungskärm obendran war. Jo, ja, haben wir jetzt aber auch schon wieder ordentlich heute was zusammengemöbelt, du. Ja. Ich würde dich dann jetzt auch verlassen. Alles klar. Zumindest auf einmal ingame. Ich muss noch ein, ein, zwei Glücklichkeit machen. Ja, aber Jid, du wirst auch nicht die Woche dazukommen. Und safe for call nicht. Ne, ne, also... In der Woche spielten wir ab vormittags und mittags und dann zu sehr sprunghaften Zeiten und... Wie es gerade so passt und so ein Zeug. Deswegen macht halt nur Sinn jetzt. Deswegen, actually, du wirst... Du wirst genauso wie ich die Woche nicht unbedingt zocken, also... Wenn an, dann vielleicht ein bisschen abends, aber das war's dann auch wieder. Ne, 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 morgens. Aber halt nicht, nicht um, nicht um zu reden oder so. Ja, morgens kann ich ja sowieso nicht, da bin ich ja nicht da. Mhm. Eben, deswegen. Mhm. Real theoretisch könnte man dieses Wochenende chatten. Das würde ich mir zum Vorspiel nehmen. Dann tun wir am Samstag kein Ding spielen. Kein Apex, dann zocken wir da Genshin. Wäre geil. Samstag? Diesen Samstag? Ja, außer du sagst, du könntest nicht. Ich kann diesen Samstag höchstwahrscheinlich auf jeden Fall nicht. Höchstwahrscheinlich nicht? Ja, also es geht... Ja, ne. Wo würdest du es denn für dich anbieten? Schlag mal was vor. Eigentlich kann ich meistens am besten Sonntag. Ja, müssten wir am Sonntag früheres Treffen mal machen. Mehr Stunden. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ich kann jetzt das mal anschreiben. Also ich wüsste halt... Also eigentlich dürfte ich hier am Samstag nicht können. Und falls sich da was ändert, weiß ich das eh frühestens am Freitag. Sonst machen wir es doch so. Du schreibst mich am Freitag an. Wenn sich's ändern sollte, dann kann ich dir da nämlich noch zusagen. Dann ist das in Ordnung. Dann können wir da nämlich dann abends zusammen zocken. Wenn's dir da passt natürlich. Das schaust du dann halt einfach. Und wenn du dann halt Bescheid weißt, dann schreibst du mir halt am Freitag. Und dann kann ich dir dazu sagen. Dann würd ich sagen, Chat, lass ich den Samstag noch offen. Dann weiß ich da Bescheid. Und dann mal gucken, was wir zocken. Wenn JIT kommt, dann zocken wir zusammen entweder Genshin. Oder wenn JIT nicht kommen sollte, dann gucken wir mal, was wir spielen. Ich würde mal maybe vorschlagen, vielleicht FN oder wieder Apex. Weil Freitag weiß ich sowieso, was ich schon streame. Weil Freitag, safe wieder Minecraft, hab ich wieder Bock, in meiner Singleplayer-Welt wieder weiterzumachen. Und dort wieder geile Sachen aufzubauen. Ich hab... Ich bin gerade nämlich an meinem Hausbau. Ich hab grad letztens schon den Boden gelegt. Der sieht geil aus. Sieht schön aus. Das hab ich schon gebaut. Du solltest wirklich die Knights in Favonius mit dir mitgebracht. Ja, sicher nicht. Also, Becky könnt schon mal. Die wäre bei Genshin-Spielen dabei. Ja, Becky, dann... Ähm... Also, die Woche über. Ich glaube, in der Woche... Ja, Becky, am besten wäre, dass du mir halt hier auf Twitch folgst. Weil dann weißt du, wann mein Stream live geht. Weil das wird dir dann ja automatisch angezeigt. Und ja... Oh, wie du es rumgedreht hast. Ja, was denn? Ist ja nur die Wahrheit. Ist nur die Wahrheit. Du siehst auch immer, wenn ich live bin, Jid. Ist sicher nicht hart. Aber ich sehe das doppelt. Ich sehe das einmal auf Twitch und dann noch auf Discord. Ja, weil es auf Discord eben in den Live-Channel reingepostet wird. Ja, wir können rastivieren. Wenn ich live gehe. Da hat Jid noch versucht, was gegen mich zu sagen. Tue ich, glaube ich, schon. Ah, Digga, was ist denn dann? Oh. Tut sie schon? LOL. Anscheinend. Äh? Vielleicht ist es gut, dass sie hier reingepostet ist. Digga, was ist denn... Du kennst nicht mal deine Follower. Was für ein schlechter Twitch-Streamer bist du eigentlich? Katastrophe. Wieso mich hier noch stalkt? Oha. Wieso mich hier noch fertig macht? Das macht mich richtig fertig wie eine Bandnohle. Ich kann da gar nichts dafür. Ich nix schuld sein. Äh, Digga, warum? Digga, was ist denn dann... Was ist dann schon wieder mit dem, äh... Bäh. Ich könnte nicht mehr reden, Digga. Perfekt. Na, Digga, was ist denn dann mit dem Minifeed wieder los, ey? Irgendwas stimmt da doch wieder nicht. Ich kann kotzen. Nein, ich möchte nicht. Es ist doch connected, Digga. Was ist denn da los? Wartet mal kurz. Ich muss kurz Szenen wegmachen. Warum funkt... Ich kann das nur hier bearbeiten. Scheiße. Warum funktioniert das dann nicht, hä? Bin ich entweder nicht mehr mit Twitch connected, oder was ist da los? Kommt mir grad nämlich so vor. Wen wollt ihr hier verarschen? Äh, bei Twitch? Ja doch, ich bin in Twitch über mein Streaming-Programm angemeldet. Warum wird mir das dann hier nicht angezeigt? Was hast du denn? Ich bin sehr verwirrt. Ja, ich bin grad auch im Minimal-Auswalt von der einen Sache. Ich hab' mir ganz schön tun. Ah, Digga, Peggy, Digga, Peggy folgt mir wirklich schon. Und bei Yannick auch. Und das wird mir nicht im Feed angezeigt. Was soll denn der Kack? Ah, Digga. Einfach bei Streaming-Programm ist laggy. Hat einfach keinen Bock mehr auf mich. Hat sich einfach so gedacht, Digga, ich versau dir noch mehr den Tag. Alter, was kannst du eigentlich? Ist auch ne schöne Umschreibung. Ja, ist ja so. Ja, ja. Wenn's nicht funktioniert, ey, da dreh durch. Ja, man sieht... Be right back. Ja, das sieht man, ja. Ja, aber es ist Aktivitäts-Feed. Warum funktioniert das dann nicht richtig? Was soll denn das denn? Folgen wir den erst seit heute oder schon länger? Die folgen mir jetzt. Und normalerweise... Normalerweise... Wenn sowas ist, dann wird hier quasi im Minifeed angezeigt, wenn jemand nochmal neu gefolgt hat. Und natürlich gibt's dann einen Alert. Normalerweise. Aber das funktioniert gerade nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich hab auch nicht so... Oh mein, was beherrscht dein Teil eigentlich Befehle? Sowas wie Follow Time? Was ist das? Nee, dein Chip beherrscht keine Befehle. Schade. Nee. Na, dann nicht. Aber was ist mit der Alertbox? Hä, die funktioniert... Die Alertbox sollte ganz normal funktionieren und... Naja, der Minifeed sollte... Der Minifeed sollte eigentlich auch normal funktionieren. Was ist da denn los? Das gibt mir jetzt gerade richtig... Mir irgendwie ist es auf den Nerv. Ganz komisch. Jetzt kann ich irgendwas an der Alertbox umstellen. Wahrscheinlich nicht. Im Stream? Nee. Aber doch. Hier ist... Alles ist ange... Alles ist angezeigt, normalerweise. Ja. Sonst teste ich mal gerade. Folgen. Ja, ganz normal. Folgt ganz normal. So wie es auch gehört. Aber warum funktioniert das dann nicht hier? Warum funktioniert das dann nicht? Ich weiß es selber nicht. Chat. Keine Ahnung, was los ist. Aber der Minifeed funktioniert auch nicht. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe oder gemacht hätte, dass das jetzt nicht funktioniert. Das nervt jetzt. Das nervt mich sehr. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Was soll ich machen? Äh. Ja. Muss man sich auch nicht mitgenommen. Sagt doch, abend wir das aneinandersetzen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Oder wurde das unten weiter angezeigt? Nee. Unten wurden andere angezeigt. Normalerweise sollte das hier auch mit dem Programm sein. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Ja, hier gibt es nur lauter Nachrichten. Aber das hilft auch nicht weiter. Ich kann es euch nicht sagen, was da los war jetzt. Schwierig. Weil normalerweise sollte es einen Alert geben, wenn was wäre. Normalerweise. Ja, sehr komisch. Deswegen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Weil im Feed hier. Im Feed hier bei mir steht es drin. Wenn ich jetzt auf Twitch gehe. Ich gehe auf meinen Kanal. Der hat aus Sonntag der Chat. Ja, scheinbar schon. Weil bei mir, wenn ich auf Stream Manager gehe, dann sehe ich nämlich ganz normale Chat. Dann sehe ich hier auch eingeblendet. Und ja, der Dings, also Becky hat mir jetzt gerade vorher gefolgt. Und eben er auch. Dann war eigentlich letztens, waren auch noch zwei. Es haben mir ein paar schon die letzte Zeit noch reingefolgt. Aber es wird hier gar nicht angezeigt. Äh. Der letzte, der mir mal gefolgt ist, war vor einem Monat. Also was ist denn da los? Also entweder an dem Programm selber liegt es oder irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nur nicht was. Wenn ich mal das mache, was passiert dann? Ich schätze es wieder. Äh. So. Okay, ja lol. Achso, man kann den Streamer natürlich nicht beenden. Na, sonst beende ich mal den Streamer. Dann gucke ich mal, das Ganze zu beheben. Dann wünsche ich euch mal allen eine wunderschöne gute Nacht. Ich spinne da mal an der Stelle raus. Und dann, ja, hört man sich, denke ich mal, ja, die Tage. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Shit, schläft du dann auch gut, ne? Ja, bis dann. Ich verabschiede mich schon auf Discord. Gute Nacht. Jo. Gleichfalls bis die Tage. Ja, vielleicht hört man davon Becky, äh, hört man voneinander Becky. Und wenn dann, dann mache ich noch gerade kurz hier was rein. Warte mal kurz. Mache ich noch kurz Screenback. Dann haue ich hier nämlich noch kurz, äh, eine Einladung für den Discord noch mit rein. Ja. Dann kannst du auch den Discord joinen, wenn du Bock hast. Ähm. Kopieren. So. Dann haue ich den gerade hier noch mit rein. Zack. Einladung auf Discord. Kannst gerne rein. Und dann hört man sich die Tage, wie schon gesagt. Haut da rein. Macht's gut. Und tschüssi.